Hallo, es ist Martin Forcade. Wir sind in Oldmenklen, Norwege, Oslo. Und ich mache den Weg für euch. Wir sind auf der Start. Das ist die erste Opel, die die Stadion verlassen. Das ist auch der Start der Fursuit- und Massstart-Kompetition. Wir nehmen eine neue Partie. Die Stadion verlassen wird in 2011 für die Weltkirche Cross-Kompetition. Die Stadion verlassen wird in 2011 für die Weltkirche Cross-Kompetition. Wir haben jetzt den Stadion verlassen. Und wir sind auf dem Weg mit Mr. Eberhard von Nostria. Von Anfang gibt es eine flotte Part. Die Stadion verlassen wird in 2011 für die Weltkirche. Es ist leicht zu skieren, aber wir müssen sehr stark auf diese Art des Kirches. Denn wir können viel Zeit verlieren. Wir crossen die Brücke. Vor mir ist der Abfall der 3.3 Kilometerstraße. Aber wir nehmen links für die Brücke. Das ist die Kurve. Und wir gehen zurück zur Brücke. Und jetzt beginnt der ersten Abfall der 2.5 Kilometerstraße. Mit einer Kurve. Wir sind nahe der Holmenkollen. Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche. Es beginnt zu sein, auf dieser Partie des Straßen. Aber wir haben eine magnifique Sicht auf der Stadt Oslo und auf der Fjord. Aber es ist nicht so leicht zu sehen, während der Wettbewerbs. Hier ist der Zeit, auf der Wettbewerb ist eine Ski-Jump Hill. Und jetzt, wir erreichen die höhere Partie des Straßen. Es ist wichtig, dass wir sehr schnell auf der Straße fahren müssen, um die Höhe zu machen. Und jetzt geht's. Die letzte Höhe vor der Unternehmung. Und jetzt geht's. Hier kann man die Höhe zu machen. Man kann man den Wettbewerb, die wir in der ersten Zeit genommen haben. Aber jetzt werden wir wieder auf eine andere Unternehmung. mit einer gefährlichen Kurve. Es gibt immer viel Eis und es ist wirklich nicht einfach zu nehmen. Und jetzt ein normaler Opel. Wir gehen zum Stadion. Es ist oft auch sehr wichtig für die Finale. Denn es ist die letzte Chance zu attacken vor der Sprint. Also, diese Partie ist sehr entscheidend für die Wettbewerbe in der letzten Runde. Also, die letzten Meter Opel. Wir erreichen jetzt eine Flasche. Die Flasche, die vor der Skidjump-Pilch. Wunderschöne. Die Flasche, mit viel Zeit. Die Flasche. Die Flasche. Und jetzt sind wir zurück im Stadion. Und wir beginnen zu denken, über die Füße jetzt. Also, die Flasche. Die Flasche. Wunderschöne. Wunderschöne, für die Flasche. Wunderschöne. Und wir wählen unseren Faktor. Und hier sind wir.